Hallo zusammen, ich heisse Abassia Rahmani, ich bin Paralympische Reichtathletin und ich zeige euch jetzt eine Übung, die ihr gut zu Hause machen könnt, die besonders gut ist für die hintere Beinmuskulatur. Dafür legen wir uns jetzt auf den Rücken und die Beine anwinkeln. Wir stellen die Beine parallel zueinander am Boden und als nächstes halten wir die Hüfte. Das Ganze machen wir zehnmal und wichtig ist, dass wir hier oben sind, dass wir das Gesäß ansparen. Okay, ich habe vergessen zu erzählen, aber auf jeden Fall machen wir es jetzt etwas strenger, indem wir das Ganze einbeinig machen. Wir nehmen das erste Bein, tönen sie in die Luft und gehen mit einem Bein runter. Wichtig auch hier, und wir nehmen das erste Bein, wir nehmen das erste Bein, wir nehmen das erste Bein. Und wenn euch das noch nicht genug streng war, könnt ihr immer noch ein Gewicht auf die Hüfte ziehen. Viel Spass beim Nachmachen! dass der Mond an der Hüfte mit der Hüfte viele quell.